einen wunderschönen wünsche ich euch herzlich willkommen zurück zu dead by daylight survivor was haben wir denn hier gefunden? die machen wir doch gleich mal weg und zwar befinde ich mich gerade im adept versuch mit hedi ich sehe die kratzperren von den anderen, das ist ja ekelhaft hallo da wird jemand gejagt wer macht sonst tiefe wunden das kann keine legion sein hals maul ach das ist eine legion aber die legion kann nicht so richtig mit der legion spielen kann ich mir mal einer erklären was meck macht die spielen dort immer noch fasche das war nicht so blond oh das war an, ich hab planen aber so richtig, wie gesagt, weißt du nicht mit euren bekehlen umzugehen, oder? auch ein neues tut ich bin hier ran, dann bin ich da runter was willst du denn von mir denn machen, gut, machen wir denn hier aus, hier ist das doch wumper wo ist denn ein neues tutem? da ist das doch wie gesagt, wie geht das denn? Ja, ich komme dir hinterher. Ja, ja, wir schreien, dass wir noch nicht. Warum soll ich dir hinterherrennen? Sie weiß wahrscheinlich, dass ich das Pirc von... ...ja, mit hab. Oh, leg mir da an die Füße, ich war fast fertig. Leute! Oh, jetzt, jetzt, jetzt liegt mal jemand. Tatsächlich liegt mal jemand. Oh, jetzt, wir machen das zusammen. Together forever, Mick! Oh! 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 Oh Gott, was hat die da von Pink? Um Gottes Willen! Guckt euch das mal an! Oh! 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 Na, komm, Schnuckipuls! Na, komm! Er rischt mich noch, er rischt mich noch, er rischt mich noch! Dieses Rümpel-Schrei, das geht mir echt dir so. Dankeschön! Ich darf einen lieber! Wo ist denn hier unsere... ...unsere Ruckel-Party? Oh nein, Meg! Oh nein, Meg! Hey, heil mich fertig! Ich hab mein Medikind für dich geopfert! Ist das okay? Okay, dann geh du! Da ist die Ruckel-Party! Oh! Meine Palette! Oh! Da hatte ich doch jetzt mal ein bisschen Angst! Sie ist rumgequält! Die käme tierisch auf die Nerven damit! Wo hat sie das andere Tod denn gesehen? Hier ist zwar ein Totem, aber das ist nicht das Totem! Sei doch still! Und mache jetzt! Wurschbar! Hochmut ist ganz wurschbar! Arbeiten! Nachzuhalten! Hahahaha! Vorgang! Hahahaha! Ah! 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 Oh, hat sie es endlich gefunden? Jetzt hat sie mich. Das war schlecht. Wir haben hier recht. Es war genauso doof wie ich. Alles gut, ich hänge das erste Mal an. Jetzt nicht zu meckern. Meck will mich retten. Meck ist meine Bestie. Meck, geh weg. Meck, hilf mir. Oh nein, die kommt schon wieder. Meck, wir müssen weg hier. Und weg hier. Jetzt zieht sie mich doch. Oh nein, die sind weg. 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 Mein Schoen, mein Schoen. Jetzt ist die wieder hier. Sie hat irgendwas, wo sie keinen Tarot-Rotus hat. Na gut, dann läuft die Runde halt doch nicht so, wie ich anfangs dachte. Aber sie kann trotzdem nicht mit Oli Kion umgehen. Oder sie langt jetzt gerade in der Runde. Das kann natürlich sein. Also anfangs war es... Oh, hi Meg! Sie kommt schon wieder! Meg! Die dumme Kuh! Sie tunnelt! Die dumme Kuh! 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 Was ist das? Na ja, gut. Okay, das war's! Falsch rum! Ah, Lightbone mit? Ist jetzt weg jetzt, Raid? Also eigentlich nicht. Mannu! Mannu! Ich wollte doch so gern! Wir schauen noch zu! Kann ich nämlich heimisch mal aufs Handy gucken? Oh! Oh! Mein Mann ist unterwegs! Oh! Andere Minute! Oh! Mech ist mein best buddy gewesen. Mein Honigkuchenpferd. Guckt euch den Mann? Jetzt ist es okay. Zwei Genswinger. Zwei Genswinger. Es sah wirklich sehr einfach aus. Sehr schön. Zwei Genswinger. Ja, wo ist er denn? Da liegt mein Lernsmedicator. Ja, das nenne ich Learning by Doing. Lernsmedicator. Ach so, ein bisschen campy sind wir jetzt unterwegs. Das ist alles Klärchen, Wunderbärchen. Und natürlich gleich wieder Tunneln. Ja, auf eine Art und Weise kann ich es verstehen. Auf der anderen Art und Weise muss ich sagen, wenn ich es nicht fair und ordentlich hinkriege, sollte es das nicht. Oh, du hast kein Balance mit Mädchen. Ah! 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 Sie hat sich nicht gewickelt. Hey! Magst du sowas nicht? Ach, Mag. Du könntest doch die Luge kriegen. Ach, ich sehe halt ein bisschen puschlig aus, oder? Ich fange jetzt an meine Haare abends zu flechten, damit ich mich so kaputt gehe. Dadurch sehe ich aus wie so ein Pudel. So, Mag. Ich sehe dir die Luke geschenkt. Ich glaube aber fast. Ich glaube nicht. Schade, 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 schade. Aber ja, Learning by doing. Aber ja, nicht gut gelernt. Muss ich sagen, nicht gut gelernt. So, zeig dir mal her. Da wurden die nur gejagt. Da wurden die nur gejagt. So, Tata haben wir gemerkt. Im Angesicht der Dunkelheit haben wir gemerkt. Geiselhocken habe ich nicht bemerkt. Ne. Totenschalter haben wir gemerkt. Genau. Na gut. Dann würde ich sagen, beende ich die Aufnahme an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und freue mich natürlich auf die nächste Folge von Dett bei Daylight zurück. Bis dahin. Ciao.